Hey Freunde, der neue Oder-Show-Gruh-Merch ist endlich da. T-Shirts oder Pullover, alles ist am Start. Guckt unbedingt auf www.larsoderso.de vorbei. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Yo, Leute, wir sind wieder zurück im Goat Simulator. Meine Damen und Herren, ich habe wieder die Riesenpizza bei mir, denn ich habe heute mit euch zusammen ein paar Sachen vor, nämlich... Vielleicht kennt ihr das Huhn, vielleicht kennt ihr es auch nicht, weil wenn ihr es nicht kennt, habt ihr auf jeden Fall was verpasst. Und falls ihr es nicht gesehen habt, werdet ihr es jetzt sowieso sehen. Oder checkt halt natürlich auch die letzten Folgen Goat Simulator aus. Da haben wir nämlich einiges gemacht. Deswegen habe ich auch dieses Riesenpizza-Stück hier. Was ich damit vorhabe, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Nämlich gibt es hier hinten an diesem Gebäude ein riesengroßes XXXXL-Huhn, welches wir füttern können. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, Lars, wie willst du dieses Huhn füttern? Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Nämlich kann ich euch das ganz kurz zeigen, wenn wir jetzt hier hingehen. Und dann das Pizzastück jetzt einfach hier drauf auf diesen Napf legen. Okay. Dann hier hingehen und dann einmal klingeln. Dann kommt da dieses Huhn raus und frisst dieses Riesenstück Pizza. Und dann kommt hier ein kleines Ei. So. Und dieses kleine Ei ist ein ganz besonderes Ei, denn wenn ich mich hier auf dieses Ei draufsetze, so, und es schön warm halte und mich immer darum kümmere, wie eine kleine Ziegenmama, dann wird das ganze Ei nämlich immer größer und größer und größer und größer. Und es kommen hier ganz viele kleine Pizzas raus. Oder große Pizzas. Wow. Ja, ähm, das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Wir haben eigentlich eine komplette... Können wir die eigentlich... Können wir die eigentlich so zusammensetzen? Wissen Sie, wie ich meine? Ich glaube, wir haben jetzt sogar eine komplette Pizza hier zusammen rausgeholt. Einfach gerade. Checkt's aus. Ich glaube, wenn wir hier jedes Stück so aneinander rein, dann haben wir einfach irgendwie mehr als eine ganze Pizza. Um ehrlich zu sein, dachte ich, da kommen nur so zwei, drei Stücke raus. Aber es sind einfach so über viele da rausgekommen. Guck mal. Es sind einfach übel viele Stücke Pizza da rausgekommen. Einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stücke Pizza. Wow. Okay. Dann lege ich hier nochmal... Kann ich auch mehrere hinlegen? Vielleicht kommt dann sogar nochmal mehr raus, wenn ich jetzt hier ein Stück. Und dann legen wir nochmal ein zweites Stück on top. Und vielleicht sogar noch ein drittes... Guck mal, das sind so viele Stücke Pizza. Ich habe einfach nur ein einziges reingelegt. Dann kommen einfach 50 Millionen neue raus, ey. So, dann legen wir das hier auch nochmal so on top. So. Wenn wir jetzt hier hingehen und einmal ganz frech klingeln, frisst er auch alle Stücke Pizza? Bitte, bitte es alle. Oh, nee. Er isst nur eins. Okay, das Huhn isst nur ein Stück Pizza. Dann kommt jetzt hier einfach wieder ein Ei raus, so. Kann ich das auch kaputt machen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Kann ich das kaputt hüpfen? Nö. Okay, dann kommt das Ei jetzt und es wird größer und größer und größer. Das können wir jetzt eigentlich auch mit allem Möglichen machen. Ja, ich habe mich noch nicht ausprobiert. Deswegen wollte ich das heute mit euch zusammen machen. Ich weiß nicht, jetzt liegt hier so viel Pizza. Ich liebe Pizza, Leute. Liebt ihr auch Pizza? Lasst es mich gerne mal wissen, was euer Lieblingsessen ist. Vielleicht duplizieren wir das auch heute. So. Wir können die ja tatsächlich hier hinten durch diesen Vergrößerungsgenerator schicken. Ja, den hatten wir ja auch in der letzten Folge. Was ist das hier? Hier liegt einfach nur eine Lampe rum. Die leuchtet sogar noch. Egal. Wir haben den ja durch diesen Vergrößerungsgenerator, den wir hier in den letzten Folgen hatten, haben wir ja auch die Pizza durchgeschoben. Ja, und die wurde dann einfach riesen, riesen groß. Und damit konnten wir dann auch einfach Auto fahren. So richtig dumm. Einfach so eine richtig schön dumme Goat-Simulator-Folge. Was ist, wenn wir das Huhn mit einem Riesenhuhn füttern? Leute, haben wir dann ein Loch in der Matrix geschaffen? Wollen wir das Huhn mit einem Huhn füttern? Oder wollen wir das Huhn mal mit Menschen füttern? Ich weiß nicht, wie könnte das Huhn eigentlich mit allem möglichen füttern? Sogar mit diesem Huhn. Wie könnte das Huhn sogar versuchen, mit dem goldenen Apfel zu füttern, Leute? Wisst ihr, welchen goldenen Apfel ich meine? Hier hat man nämlich so einen goldenen Apfel ge... Ist das euer Ernst? Da kommen jetzt die Hühner raus. Das Huhn wird jetzt groß. Und ich will halt einen Riesenhuhn. Leute, ich will einen Riesenhuhn mit einem Riesenhuhn füttern. Hau ab, Mann. Ich werde jetzt heute einen Riesenhuhn mit einem Riesenhuhn füttern. Und dann werde ich auch versuchen, mich selber essen zu lassen. Oh, das ist auch eine richtig gute Idee. Oh mein Gott, hier gibt es auch noch Käse. Oh Mann, man kann so viele coole Sachen machen. Ich falle hier ständig rein. Ich hasse das, Mann. Warum passiert das immer wieder? Ich will das doch gar nicht. Oh Mann. Okay, aber erstmal kümmern wir uns darum, dass das Huhn erstmal ein bisschen größer wird. Damit wir einen Riesenhuhn mit einem Riesenhuhn füttern können, okay? Das ist jetzt erstmal hier Ziel Nummer 1, dass wir das irgendwie hinbekommen, um das Riesenhuhn zu füttern. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich brauche es nicht noch genauer erklären. Aber das Huhn wird auf jeden Fall von Schritt zu Schritt immer größer und immer größer. Und das ist nice. Und ich liebe Eis. Und ihr lasst jetzt sofort ein Like da. Und schaut im Shop vorbei auf lasoderso.de, Leute. Nicht vergessen, es gibt nämlich ganz, ganz viel neuen Merch. Was ist denn jetzt mit dem Huhn los? Es war noch nicht auf lasoderso.de. Es will ganz unbedingt neuen Merch haben. Ich glaube, das friert ganz schön. Vielleicht habt ihr einen Pullover oder ein T-Shirt, was euch gefällt. Schaut mal gerne vorbei, Leute. Es gibt bald coole neue Designs und natürlich Autogrammkarten. Irgendwie ist dieses Huhn bekloppt. Kann das sein? Wenn ich das loslasse, ist es dann wieder normal? Nö. Dieses Huhn ist irgendwie am Durchdrehen gerade. So geht es dem Huhn noch ganz gut. Oder auch nicht. Ich glaube, das Huhn ist verbuggt, Leute. Bleib ruhig. Huhn, bleib ruhig. Dieses Huhn macht einfach Breakdance. Ich bin gar nicht mal so sicher. Ich glaube, sobald dieses Huhn wirklich berührt wird, dreht das Huhn komplett durch. Aber ich will halt ein großes Huhn, dass es noch mehr große Hühner macht. Ihr versteht schon, wie ich meine, Leute. Das ist eine wichtige Sache. Das hier ist nämlich alles für die Wissenschaft, okay? Das hier ist alles für die Wissenschaft. So langsam, Leute, glaube ich, können wir das nicht noch öfters hier Breakdance machen lassen. Ich glaube, das hier ist das letzte Mal. Es ist groß genug. Ruhig. Ruhig, Huhn. Nein, es ist wieder zurückgeschossen. Huhn. Huhn. Nein. Ruhig. Okay, ich habe dich. Ich habe dich groß. Ich habe dich großes Hühnchen. Okay, jetzt haben wir so einen Alien-Huhn einfach. Lol. Apropos Alien, Leute. Es gibt tatsächlich sogar ein Alien-Ei, welches wir noch gar nicht... Oh, ah. Wow. Was? Yo. What? Oh mein Gott. Bro, wir waren gerade so schnell. Ja, es gibt ein Alien-Ei, Leute. Einfach insane. Wir haben das noch nie gesehen, dieses Alien-Ei. Aber es gibt es einfach. Wollen wir das mal besuchen gehen, das Alien-Ei? Wenn ihr wollt, Leute, dann gucken wir uns das gleich nochmal an zum Ende der Folge. Bleib hier. Bleib hier, Huhn. Huhn. Warum ist dieses Huhn so komisch? Hör auf damit, Huhn. Was ist denn mit dem da oben jetzt los? Hör auf. Ich hasse dieses Huhn. Was ist denn mit diesem Huhn los? Hau ab, Mann. Geh weg. Oh, Mann. Was stimmt denn hier nicht mit diesem Huhn? Es ist so dumm. Okay, mit dem großen Huhn hat es jetzt nicht funktioniert. Aber ich denke halt wirklich, dass das hier mit dem kleinen Huhn... Oh mein Gott, mit dem Huhn funktioniert das. Und da kommt es raus. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, dann wird das Ei ja immer größer und größer und größer. Ich würde gerne wissen, ob das Huhn auch Menschen frisst, Leute. Ich würde echt gerne wissen, frisst dieses riesen XXL-Huhn auch Menschen. Und, Leute, ich will mit euch auch das Alien-Ei angucken. Vielleicht kann das Alien-Huhn dann einfach das Alien-Ei fressen. Was kommt jetzt hier raus? Hier sind einfach vier, fünf Hühner rausgekommen. Toll! Wollen wir mal gucken, Leute. Ich habe euch ja versprochen, dass es hier ein Alien-Huhn-Ei gibt. Ich weiß nicht, ob man das schlüpfen lassen kann oder sowas. Aber auf jeden Fall gibt es ein Alien-Ei. Das würde ich mit euch gerne nochmal angucken. Aber vorher würde ich super gerne mal mit euch mal was ausprobieren, Leute. Ihr wisst ja, wir hatten mal so eine Quest mit so einem Kaugummi, der da an diesen Ding geklebt hat. Und wollen wir mal ausprobieren, ob dieser Kaugummi, wenn wir den nehmen, ob das Huhn den Kaugummi frisst. Und dann vielleicht einen größeren Kaugummi oder halt mehrere Kaugummis dann da rauskommt. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste es ja funktionieren. Oder wir probieren es mit diesem Dings da mal aus. Wisst ihr, wie ich meine? Mit diesem Apfel, diesem goldenen. Den hatten wir ja auch mal. Ich glaube, hier vorne war das. Also es gibt auf jeden Fall den goldenen Apfel. Den würde ich gerne probieren. Jetzt probieren wir den Kaugummi. Dann probieren wir mal einen Menschen und das Alien-Ei, okay? Das ist jetzt die Mission. Guck, hier ist der Kaugummi. Wir müssen aufpassen, der Kaugummi darf an nichts festbetten. An nichts darf dieser Kaugummi festbetten. So, okay. Das ist schon mal ein guter Vorwand. Das funktioniert schon mal super. Hoffentlich bleibt dieser Kaugummi wirklich an nichts kleben. Wir müssen auch aufpassen. Hier kommen Autos uns entgegen. Diese Autos tun uns auch auf jeden Fall an uns drankleben. Dieser Kaugummi ist unglaublich klebrig. Ganz vorsichtig. Die alte Dame soll ruhig über die Straße gehen. Alles ganz locker, flockig, entspannt. Okay, wir haben es geschafft. Das ist es. Wir haben es geschafft. Der Kaugummi. Gehen Sie mal da bitte weg. Hallo, junge Dame. Entschuldigung. So, jetzt klingeln wir und gucken. Tut er ihn essen? Er frisst ihn. Er frisst ihn. Und da kommt ein Ei. Oh nein, Leute. Das wird so schlimm. Das wird jetzt so schlimm. Was habe ich gemacht? Das ist keine gute Idee gewesen. Das ist, glaube ich, keine so eine gute Idee gewesen. Ich glaube, dass jetzt hier richtig viele klebrige Kaugummis rauskommen und das ist nicht cool. Wartet mal, ich bringe das mal woanders hin. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das Riesenei woanders hinbringen. So, vielleicht irgendwie ganz weit weg von da, wo Chaos entstehen kann. Weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das so schlau ist. So, ich lege das einfach mal hier hin. So. Jetzt liegt hier ein Ei und das wackelt sogar schon so total krass, ne? Kann ich da nicht irgendwie wieder oben drauf? Ich muss oben auf das Ei drauf. Das ist mein Baby. Kann ich da nicht drauf springen irgendwie? Und zack. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so Gehirne. Oh nein, Leute. Ihr seht es. Guckt mal, wenn ich jetzt hier mit den... Bleiben die Kaugummis auch aneinander kleben? Nein. Aber Leute, guckt mal hier. Das bleibt alles so... Das bleibt alles so aneinander kleben. Checkt es aus. Das ist nicht cool. Wirklich. Diese Kaugummis sind richtig, richtig nervig. Und da bleibt wirklich alles dran kleben. Guckt mal auch hier. Zum Beispiel Bauer Jenkins. Hallo Bauer Jenkins. So, guckt. Hier bleibt einfach alles kleben dran. So. Hier so ein Müll einfach. Es bleibt einfach alles kleben. Ihr wisst schon, wie ich meine so. Aber jetzt haben wir hier halt richtig viele Kaugummis. Obwohl es eigentlich immer nur einen Kaugummi gibt. Aber das ist so im Prinzip eine Verdopplungsmaschine. Sprich, wir können einfach alles verdoppeln. Können wir den Typen ja auch verdoppeln? Bleib mal da liegen. So. Können wir dich auch verdoppeln, mein Lieber? Oh ja. Also das Huhn frisst auch Menschen tatsächlich. Was kommt da jetzt raus? Sind die jetzt irgendwie so verflugt? Das sind Klone einfach, Leute. Es sind einfach nur Klone. Ich packe es nicht. Es ist so dumm. Wollen wir auch mal ausprobieren, ob das Ding vielleicht auch Autos klonen kann? Oh, was ist mit dem los? Der ist... Der hat gerade fliegen gelernt. Lol. Lol, Tatsache. Oh. Was? Oh mein Gott, es lebt. Ja, und das war's. Wo ist der Rest von... Wo ist der Rest? Wir haben doch ein paar jetzt geklont. Die sind einfach verschwunden. Lol. Okay, lass mal kurz gucken. Kann das Vieh auch einfach ein Auto fressen? Und wir übertreiben mal direkt mit so einem Van. Lass mal kurz gucken, ob das geht. Weil da ist nicht so wirklich viel Platz. Aber wir probieren es einfach mal aus. So. Los, friss ihn. Friss ihn. Ja, oh mein Gott. Das Huhn hat einfach ein Auto gefressen. Es ist einfach die Verdopplungsmaschine, Leute. Hart. Wie cool. Okay, mal abgesehen davon, dass das Ding Pizza fressen kann. Das ist über funny. Jetzt haben wir einfach mehrere Autos gemacht. Krass. Ich würde halt jetzt auch noch voll gerne... Ich habe hier einfach Autos gerade in meinem Ei. Leute, ich habe einfach in meinem Ei, habe ich einfach ganz viele Autos drin. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Schreibt mir mal gerne nochmal in die Kommentare, falls ihr nochmal sehen wollt, was ich hier vielleicht klonen kann. Ich muss mich selber auch noch klonen. Das muss ich auch noch machen. Aber erstmal hole ich ganz kurz ein Auto. Ich brauche ganz kurz ein Auto. Dafür steige ich mal ganz kurz hier auf mein Ei drauf. Und da müssten jetzt eigentlich so drei oder vier Autos rauskommen. Eigentlich. Und... Oh mein Gott. Das ist einfach in die Luft geflogen. Oh, cool. Das hat sogar eine Farbe, das Auto. Es hat ein Auto geregnet. Also das da... Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das kommt aus dem Zoo. Was zum Teufel ist mit diesem Huhn los? Also auf jeden Fall waren da zwei Vans drin, also wie es aussieht. Und die sind beide auf dem Kopf. Kann ich mich da reinsetzen? Oh ja, guck mal, so fahre ich doch liebend gerne. Oh ja, oh ja, klasse. Ich brauche ein Auto. Okay, jetzt gucken wir mal. Wir müssen für das Alien-Ei, müssen wir an die Docks gehen. Also sozusagen dahin, wo es diese Container gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wo ich meine? Da waren wir nämlich mal in diesem einen Club drin, wo wir das Super Pugu gefunden haben. Ja, das haben wir übrigens, Leute. Das haben wir mal in einem Livestream geschafft. Das seltenste Item im Komplett-Goat-Simulator haben wir. Das ist dieses magische Pupu. Das heißt, wir können einfach kacken. Ja, wir können einfach kacka machen, wenn wir wollen. Das ist mega krass. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir am besten auf diese Docks kommen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rechts lang fahren. Mit Strom, auf jeden Fall. Mayday, mayday. Wir haben Stromausfall, ladies and gentlemen. Guck mal, irgendwo hier ist auf jeden Fall dieses Alien-Ei-Huhn-Dingens. Ich glaube, hier war es. Ha! Okay, das hier ist es, Leute. Achtung, checkt es aus. Unbekanntes Objekt geleckt. Also es ist definitiv ein Alien-Ei. Okay, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, vielleicht kann man damit da oben hin und dann sind die Aliens wieder irgendwie zufrieden oder sowas und gehen wieder weg. I don't know. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir dieses Alien-Ei hier haben und ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir dem Huhn dieses Alien-Ei geben. Kann man damit überhaupt irgendetwas machen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, Leute. Bringt das überhaupt irgendetwas, dass wir dieses Alien-Ei haben? Kann man damit irgendwelche Experimente machen oder so? Keine Ahnung. Wir geben das jetzt einfach dem Huhn zu fressen und dann wird das einfach klonen. Das wird lustig. Okay. So, hier sieht eigentlich alles wieder ganz beim Alpen aus. Und jetzt legen wir das Ding hier rein. Einmal klingeln. Und jetzt frisst das Huhn. Boing. Einfach dieses Alien-Ei. Junge, was zum Teufel mache ich hier gerade? Wenn dieses Alien dann geboren wird, nennt es mich einfach Mama, Leute. Weil ich bin nämlich die Alien-Ziegenmutter. Ganz weirde Sache. Ganz, ganz weirde Sache. Okay, das Alien-Ei wird größer und größer und größer. Ich schleppe es mal lieber von hier weg. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht mit Aliens, um ehrlich zu sein. Um alien zu sein. Versteht ihr? Gehen wir mal kurz hier drauf. Wo sind meine Tacos? Da kann ich mal drauf furzen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Guck mal, check das aus. Oha, was? Wie nice. Hä, ist ja voll stark. Hä, ich will das nochmal machen. Ja, wir machen das jetzt alles da drunter und dann machen wir das einfach nochmal. Lol, das ist ja voll geil. Damit kann man ja voll viel Müll machen. Okay. Da kann man ja mega viel Schwachsinn mitmachen. Ich liebe es, Leute. Hier ist das besondere Alien-Ei. Okay, dann stellen wir das mal hier unten drunter. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Decke kommt doch ganz schön nah. Nicht, dass wir hier gleich zerquetscht werden. Au. 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 Okay. Okay, let's go. Oh, Junge, es regnet einfach Alien-Eier. Alter, sind das viele. Hier kann man so viel Quatsch mitmachen. Lol. Alter, guck mal, hier ist einfach alles grün und alles hüpft durch die Gegend. Lol. Let's go. Was wollt ihr machen, ihr kleinen Banausen? Ich bin ey, was geht bei dem dafür? Okay. Oh, ja, jetzt ist er grün und fliegt durch die Gegend. Cool. Das ist auch eine super coole Sache, Leute. Also mega stark. Man kann hier wirklich übel viel Quatsch machen. Wollen wir jetzt nochmal eine Sache ausprobieren? Es gibt ja noch diesen goldenen Apfel. Wisst ihr, welchen ich meine? Den hatten wir nämlich auch mal vor Ewigkeiten rausgesucht. Ich muss jetzt selber mal gucken, wo der war nochmal. Ich glaube, der war hier hinten irgendwo. Also wir wissen auf jeden Fall, das Huhn frisst Alien-Eier, Kaugummis, Menschen. Wir müssen noch die Zieger, also wir müssen uns nochmal selber ausprobieren. Aber ich glaube, uns kann das Ding auch fressen. Ey, also das mit den Alien-Eiern ist halt mega krass, ne? Das wussten wir alle noch nicht. Auch was komplett Neues, was wir hier gemacht haben. So random. Einfach gerade mal so ein random Secret entdeckt. Mega cool. So, aber hier hinten, ich glaube, hier war das, ne? Oh ja, guck mal, hier gibt es ja auch TNT, ne? Das kann man eigentlich auch mal klonen. Ich glaube, man kann es nicht mitnehmen. Ja, ich glaube, sobald man das TNT anleckt, explodiert das. Schade, also TNT kann man leider nicht mitnehmen. Schade, schade, Schokolade. Was ist bei dem hier? Entschuldigen Sie, gehen Sie mal bitte aus dem Weg. So. Ja, alles klar. So, goldene Apfel, wir wissen es. Ho, ho, ha, hi, hi. Ich habe einen goldenen Apfel. Ich bin aus Strom und total elektrisiert. Oh, guck mal, hier gibt es sogar Schweine. Theoretisch können wir dem Huhn auch ein Schwein zu essen geben, dann klont das einfach Schweine. So richtig weird einfach. So ein Huhn, was einfach so Schweine zu fressen bekommt und dann einfach Schweinegebärden tut. Getuten. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Ganz, ganz komische Geschichte. Wollen wir einfach nicht drüber nachdenken. Das ist genauso komisch. Ach, guck mal, hier liegen einfach ein paar Alien-Eier durch. Die liegen jetzt einfach hier so rum, ne? Voll komisch. Manche bleiben einfach liegen. Naja, okay. Warten wir ganz kurz, bis das grünige, schleimige Ding aufhört. Okay. Dann einmal den goldenen Apfel rein und einmal Ding Dong machen. Wow, okay, das Huhn ist... Oh, das Huhn hat jetzt einen elektrisierten Apfel gegessen. Oh, jetzt bin ich richtig hype. Was ist hier drin? Junge, da hüpft immer noch alles rum. Es ist so eine dumme Folge heute. Okay, wir gucken mal. Wir haben ja einen elektrisierten, goldenen Apfel dem Huhn gegeben. Was kommt jetzt hier raus? Okay. Oha, es ist laut. Wie viele goldene Äpfel, bitte. Oh mein Gott. Alter. Was? Hört ihr das, wie laut das ist, dieser Gesang, dieser Engelsgesang? Hä? Wie nice. Lol. Wartet. Oha, das ist... Guck mal, der da macht Breakdance. Einfach der da hinten. Yippie. Guck mal hierher, Johnny Boy. Hier gibt es ein paar goldene Äpfel für euch, Leute. Ein paar mehr, oder? Ui. Oha, wie schön das aussieht. Guck mal. Ja, stellt euch vor, Leute. Das wäre unser Gold, ey. Leute, wir lassen auf jeden Fall hier jetzt nochmal ein paar goldene Äpfel essen. Guck mal, das ist wie so eine Disco einfach. Mega nice. Ich mache jetzt hier nochmal ein paar mehr goldene Äpfel. Falls euch diese heutige Folge hier gefallen hat. Ich fand es einfach mega cool, es hier auch rauszufinden. So ein paar kleine Experimente hier im Goat Simulator. Ja, ich liebe es einfach mega, Leute. Lasst wie immer sehr, sehr gerne ein Like da. Schaut doch die letzten Folgen Goat Simulator an. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Und ich mache jetzt hier ein bisschen Disco. Ciao.